Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem kleinen Info-Video. Wie ihr in letzter Zeit mitgekriegt habt, lade ich im Moment nur Final Fantasy X hoch. Das liegt daran, dass ich meinen PC neu aufgesetzt hatte und leider vergessen habe für Blades of Time und Modern Warfare 3 die Spielstände zu sichern. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich das Spiel nachspiele bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt waren, damit ich weiter aufnehmen kann. Und ja, in der Zwischenzeit wird halt erstmal nur Final Fantasy X hochgeladen. Und wenn ich den lieben, netten Xedos LP dazu bekomme, dass er dann endlich mal wieder Zeit hat, mit mir Mario Kart aufzunehmen. Zudem steht noch ein weiteres Together mit Dejimo333. Bitte schaut euch den Kerl an, der ist echt verdammt gut. Und Donkey Kong Country 2. Ja, das war es eigentlich schon, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Ich gebe mir wirklich große Mühe, die Qualität doch ein wenig höher zu halten. Jetzt mit dem neuen Mikrofon finde ich zumindest, dass die Stimme um einiges angenehmer klingt. Und dass diese dämlichen Pop-Geräusche nicht mehr da sind, also dass es sich anhört, als wenn ich mein Mikrofon am fressen bin. Ähm, ja, wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos. Seid mir nicht böse, dass im Moment nur Final Fantasy kommt. Äh, zumal das echt wirklich das Spiel ist, wo ich mich am meisten drauf freue. Ich werde die anderen Spiele nachholen und, äh, ja, ihr werdet ja sehen, wann es dann wieder soweit ist. Ich habe heute leider nochmal eine Nachtschicht reingedrückt bekommen, das heißt, ich kann heute Abend nicht mehr allzu viel aufnehmen. Aber, ähm, ja, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, let's play das Spiel. Euer ISH88, haut rein, ciao! Ciao!